Dieses zu erwerbende 4,5 Zimmer Einfamilienhaus liegt in Lübbs. 1950 wurde dieses Gebäude erbaut. Das Haus verfügt über einen Parkplatz. 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 Auf einer Grundstücksfläche von ca. 700 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 85 Quadratmetern auf. Das Gebäude steht für 85.700 Euro zum Verkauf. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Das Haus verfügt über einen Parkplatz. Nummer 2. Das Haus verfügt über einen Parkplatz. Das Haus verfügt über einen terapecken. Das Haus verfügt über einen Parkplatz. Über 1.